Haben wir die Camper! Hallo! Wir haben die Camper anstatt und eine Cowboy-Stadt. Naja, kein Maisspieler. Also Winnetou wurde hier gespielt. Winnetou! Cool! Ja, welchen Ding ist heute kostenlos? Welchen Event hier? Welchen Camper? Welchen Camper ist heute kostenlos? Heute kann man sich Camper angucken. Oh, guck mal, Flug-Caribik-Style. Flug-Caribik-Style, der Camper. Boah! Und was ist das für eine Tour? Achso, kannst du reingehen? Ja, ich bin doch hier! Ja, hier! Ja, hier! Hier! Oh, Camping-Toilette! Camping-Toilette! Ja! Ja! Obwohl ich schon hier bin! Ich bin doch hier! Ach, das ist lustig! Ich kann sich halt den Ding angucken genauer. Ich kann sich noch mal schauen. Ich kann es grauen, aber ich Ja, es geht nur dann da. Was ist denn? Ich hätte noch gern mal angucken mal! Bist du hier drauf? Er ist ein Charlie. Er ist ein Untermann. Sehr gut. Vielleicht kann man mal gucken die Autos an. Komm die Kümmer angucken. Wenn hier die Autos wieder vorne schwankt, ohne Unterstehen vielleicht schon. Das ist auch noch so fach. Das ist auch nicht zu kämpfen. Da ist Toilette. Das wichtigste. An der Stehhöhe für mich. Drückst du dich wieder? Wie war es, du hast hier geblieben? Ich guck mir die Fahrzeuge an. Die Kämper. Das sind aber Das ist doch event für Kämper. Toilette. Nur für das gleiche. Gut. Und das sind halt die Preise. Gut. Kein Zutritt. Kein Kämper. Kein Zutritt. Kein Problem. Das ist ein Problem. Kamera. Gucken. Da darf man nicht rein drinnen. Kein Zutritt ohne Verkaufsportal. Ja guck mal. Den kämpfen wir auch nicht. Ja guck mal. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Geil. Auf jeden Fall der Hund schreit. Really? Oh mein Gott. Bleib jetzt. Mit dir. Da kann man einfach hochgehen. Und das ist halt eine aus. Wahnsinn. Das schaut einfach nicht so blöd aus. Na ja. Das schaut nicht mehr so blöd aus. Cool. Gehen wir weiter. Schauen wir die Kämper an. Augen auf. Augen auf. Augen auf. Hast du Augen? Augen auf. Augen auf. Nur wenn ich nicht Kämper soll. Das kostet einen keinen Dritt. Es ist nicht. Es kann nicht schauen. Ich mach nur noch das. Zeit. Hier ist cool. Oh. Da geht es auch eine Treppe hoch hier. Cool. Das ist ein Ofen drin. Cool. Das ist ein Ofen drin. Das ist ein Ofen drin. Ja. Ich muss es nicht auflegen. Ich muss es nicht auflegen. Das ist eine Ofen drin. 10 Rüst-Brown-Pin weiter weiter ja auch schon viel los hier jetzt sind wir das gleiche doch jetzt kommen wir mal da ist es da runter? ja 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 naja das ist bestimmt ja ach dass denn die abgebrannt sind und das ist 83.000 da darf man nicht reingehen, aber wir müssen uns das angucken das ist immer das gleiche 163.000 Wahnsinn das ist immer noch zu tun das ist immer noch zu tun Die Stadt hat gerade aufgebaut. Da ist eine Frubbel Fasane, Pau, da ist auch ein Pfau. Sehr schön hier. Sehr schön hier. Das ist ein Pfau. Das ist ein Pfau, das ist ein Pfau. Ja, ich bin noch da. Wo ist denn du schon wieder? Bist du wieder abgehauen? Hallo? Machst du mal ab? Das ist ein Zelt. Das ist ein Pfau. Das ist ein Pfau. Das ist ein Pfau. Das ist ein Pfau, das ist ein Pfau. 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 Und dann kriegt die Kino. Ja. Das ist unser Messal. da darf man sehen was betreten alter ist es hier groß und da ist Toilette da ist ein Stauraum Duschrauben einfach super hat sogar Stehhöhe da ist der Herd Spüle da ist sogar den Ofen also Prozeit machen und da können wir uns hinocken und naja, das ist gar nicht und da hat Kiepsen bekommen eine Pfanne her ja das ist Luxus pur von Mercedes Benz aber da ist aber bestimmt auch teuer also mein nächstes blöööö ich lass die anderen mal auch rein jetzt glaube ich nur mindestens 200 Mal mit Toilette Ich weiß nicht, wie wir das fach. Ach, ich überdacht, der ist hell. Das ist auf den ersten Blick, wenn man sich beißt. Danke, schau doch schon länger. Oh. Ja. Und das ist teuer da? Nein, ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Der einzige Grund, das wir haben wollen. Ein Längsbett mit zwei Metern, nicht zwei Metern. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ich weiß nicht, wir haben recht, dass der Ingo hier nicht kommt. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Nein, da ist auch ein Dreckenhaus. Die sprechen hier alle so bayerisch. Und ich hab die Probleme mit. Ich verstehe fast gerade. Ja. Ja. Ja, da ist so ein Aufsatz. Fast ein Zelt. Da hinten hast du fast ein Zelt. Ich bin ziemlich groß, ich weiß. Alter. Da hinten kannst du rausgehen, ne? Das Toiletto. Ja. Und da ist auch. Und da ist auch. Uh. Ja. Ja, wir müssen nicht so ein Aufsatz drachen. Wenn wir noch rein dürfen. Finden wir jetzt mit der GoPro. Heute mischen wir mit der GoPro ein Handy. Oben auch mit der GoPro. Cool, wie so Luxus. Ein Kühlschrank. Cool, der ist echt groß. Wahnsinn. Dann hast du da wieder Toilette. Und da drüben ist die Dusche. Duschraum. Ein Beispiel. So. Toilette. Das ist schön. Okay. Wenn Sie uns den Tor auf einmal sehen, auf dem ich die Vorabend nach ihnen nehme ich gleich информацию. Wie sind die Vorbereitung? Ja, das sind die Vorbereitung. Ja, das ist das in der Zentralbank. Oh, ein großes Raum hier. Das ist ein großer Raum. Ein ganzer Raum. Und das ist bei uns heute vorne die Toilette gemacht. Dusche. Toilette. Alter. Kein Bad ist los unterwegs. Alter. Ich glaube so ist weiter. Ja, da müsste man jetzt ganz hinterfahren können. Da müsste man das Lenker mit höher machen können. Da wird es dir passen. Da so fährst du. Ja, geht so. Wahnsinn. Wow. On the road. Oh. Von der Sicht eines Campers. Oh Gott, aber steig wieder. Oh Gott. Dann mal schauen wir uns auf den Boden. In der Küche. In der Küche ist es doch. Dann suchen wir den Wasser. Dann haben wir den Bier weg. HZ das oder das? Da ist die Versicherung ein kleiner Bein. Dann ziehen wir das hier auf. Und? Toiletten. Dann machen wir die gerade ein Verträger. Jetzt ist das Elektro jetzt. Was ist denn? Bitte? Elektrobus? Ein Elektrobus. Elektrocamper? Elektro... Stromstufen hat er, ja. Und äh... Ne, aber ich freunde es schon ausschauen wie Fahrräder. Ne, ne. Elektrofahrzeuge. Keine Elektrofahrzeuge. Ne, alles verbrennen. Was ist das alles? Alle ganz normale Küche dazu. Okay, alle kennen sich da aus. In der Sand tun sie es. Also meine Frau hat mich hergeschrieben und gesagt, gut, ich wollte arbeiten. Ich bin von der Firma auf. Also wir haben jetzt keine Elektrofahrzeuge. Oh, ein guter Staurauffer. Du Strom. Elektroautos sind unterhalb von der Kirche. Ja, die ganzen Mercedes-Benz. Also geht da rein hier das? Und dazu? Ja. Wir kriegen die Mercedes-Modelle. Ein Camper, oder was? Keine Camper. Normale Lieferwegen. Lieferwegen sag ich. Normale Pkw. Also sind ja normale Autos hier oder? Aufsteller. Ja, das ist doch Camperaufsteller heute. Ne, ne. Wir haben nur Autos alle. Gut, oder? Die kannst du dann anschauen. Ja, super. Wow, hier ist ein großes Stauffach. Also toll, groß. Dann hast du auch hier ein großes Stauffach. Für Klamotten. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. 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 Es ist krass. Ah, Quatsch! Wer macht das? Ah, ok. Der verliert das. Wo gehst du hin? ATVs. Warte mal schwarz, ich bin doch hier. Hey! Ich bin hier. Oh, das sind die geilen. Das sind die größeren ATVs. Oh, cool. Schon eine coole Quatsch. Oh, da kriegst du auch. Ja, sowas war für mich auch was. Als Quattfahrer. So ein großer Rärende Fahrzeug. Was schaust du jetzt an? Die Fahrzeuge? Die Fahrzeuge? Ja, das geht doch an. Ja, das geht doch an. Ja, das geht doch an. Ja, das liegt schon wieder. Das war der Getüchweiter. Okay, das sind die Pferde. Ja, ich bin doch da. Ich bin hier. Ach, hast du Pony reiten? Ja. Ja, jetzt da runter. Was ist das? Was ist das?